Guten Morgen, liebe Community. Dies ist mein erstes Video, welches ich hochlade. Mein Name ist Claudia Jakobi-Glasel und ich möchte heute einfach mal einen ganz anderen Aspekt der Krise, in der wir uns befinden, beleuchten. Und dabei stütze ich mich auf jemanden, den ich für den weisesten Menschen, der jemals hier auf diesem Planeten gelebt hat, stützen möchte, und zwar auf Jesus von Nazareth. Er sagte, was ihr sät, werdet ihr ernten. Was ernten wir jetzt? Wir ernten Manipulation, dass jemand versucht, die Politiker halt, ihren Willen uns aufzudrücken. Wir erleben eine Meinungszensur. Und ich frage mich, ich betrachte dies als kollektives Karma. und von der, welches jeder von uns tagtäglich beeinflusst. Und ich bemühe mich einfach zu erkennen, wo manipuliere ich noch? Wem drücke ich meine einzelne Meinung auf? Wen lasse ich nicht zu Wort kommen? Da denke ich zum Beispiel, dass wir oft genug denken, das, was wir denken, ist richtig, und das, was der andere denkt, ist nicht tolerierbar. Und ich denke, dass wir einfach in dieser Weise durch unser Denken fühlen und durch unsere Taten und durch unsere Worte dieses Informationsfeld, welches uns durchdringt und auch umgibt, sehr stark beeinflussen. Und Jesus von Nazareth sagte auch, wenn ihr den Himmel haben wolltet oder in den Himmel eingehen wolltet, dann müsst ihr den Himmel mitbringen. Und ich denke, es wird sich vorher nichts ändern, bevor wir nicht anfangen, auch unsere kleinen Beeinflussungen des Anderen, den Umgang, den wir pflegen mit allem, was lebt und empfindet, wo wir auch sehr viele Parallelen zum Beispiel zu den Tieren auch herstellen können, mit Chippen, mit Einsperren, mit diesen ganzen Dingen. Ich denke, dass dies recht wichtig ist, dass wir uns auch damit befassen einmal, bevor sich etwas wirklich zum Guten ändern kann. Vielen Dank für euer Zuhören. Tschüss.